Finden wir hier was? Nope. Ich wollte eigentlich kaum glauben, dass hier gar nichts ist. Ich gehe da, da und da. Was? Wo? Wie? Was? Was sind Piraten? Ich gehe da, da und da. Habe ich den getroffen? Ja, habe ich. Komm schon. Uh, Baby. Okay, meine Wendigkeit ist quasi nicht vorhanden. Okay, ich muss noch lernen, die Gegner lesen zu können. Sieht sehr hübsch aus. Das ist auch tatsächlich sehr hübsch. Nur, es ist so viel auf dem Bildschirm, dass man Probleme kriegt rauszufinden, was man sich da gerade anguckt. Schon wieder Server-Neustart, oder was ist los, Martin? Hoffe nicht. Komm schon. Oh Mann. Ich bin nicht wendig genug, um die im direkten Nahkampf zu kriegen. Ich bin nicht wendig genug, um die im direkten Nahkampf zu kriegen. Ich bin nicht wendig genug. Da. Ich hoffe nur, keinem von euch wird schlecht bei sowas. Ich sitze gerade in der Wiese und warte, dass ich mich ausgeruht habe. Ah, okay. Oh, komm schon. Also aus unmittelbarer Nähe zu wenden ist quasi unmöglich. Für einen, weil die Dinger sind viel wendiger als man selber. Oh, 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 oh. Okay, also. Da hinten. Da hinten. Da hinten noch was. Da ist noch was. Und da oben ist auch noch was. Ist das die Aufgabe? Hä? Ja. Oh, so tired. Oh, ich hatte einen guten Tag. Aber was noch können wir machen? Wir sind die Piraten? Warum nicht? Wenn wir 8 über einen Monat bekommen, dann werden sie in einem Wochenende. In einer Woche. Schönen, oder? Vielleicht nicht. Ich sollte es machen. Und was musst du machen, um deine Kredite schneller zu bekommen? Waren du bereit für das? Okay, also. Wie ich aus dem... Schon wieder? Das hatten wir doch gerade erst. Wir müssen definitiv mal Upgrades kaufen. Mit dem Geld. Das ist so wendig wie ein Omnibus. Ach was. So. So. Gut. Zwei. Äh. Keine Ahnung, dass ein Verbündeter da oben war. Der sich gerade verabschiedet hat. Wieder auf den Laser umschalten. Zwei. Lachen. Zwei. Das sind dann. In Stقة. deflektor ich kann nur eins von beiden ne basisgeschwindigkeit bin ich eigentlich ein großer freund von laser kann nur zwei booster auch zwei beim boosten zerstörte gegner aber man sieht schon irgendwie so was das also vom vom grundlegenden level es gibt hier fünf wie man das hier wegkriegt als fragezeichen mir weiterhin ein rätsel aufgabe entdeckt vorbereitung wo sieht die die aufgabe denn nirgendwo hier schauen wir was hier oben ist ist einfach nichts dann fliegen wir dahin können wir auf irgendeine pipeline springen und sind schneller ich vermute nein was das genau ist weiß ich immer noch nicht weil da ist ja kein echtes schiff sondern nur so ein virtuelles und 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 schraubplatz entdeckt schraubplatz entdeckt gutes personal ist schwer zu finden true 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 was das für nebel das jetzt q und star trek den nervt uns jetzt ein bisschen findest du wo 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 um wo kocht Ja, das ist was anderes. Okay, die haben keine Schilde. Komm, 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 komm. Da wieder einen beim Boosten getötet. Get den Kanon in Level 3. Hallo? Da. Wo ist das Schiff? Da. Oben, unten, links und rechts. Das ist immer ein bisschen schwierig im Weltraum. Hm? Oh. Net. was going on the ship systems are synchronizing we're moving again listen up crew you repair I fly solid copy the fast subway drive is offline we're on it now we're stealing from the pirates they really shouldn't have battleships don't think and you need it for a recon mission in the stegarim there's a lot of suspicious movements like this suspicious I need to verify our intelligence they are coming pirates you can never have this ship back never mm-mm das kriegt doch nicht zurück das ist schön aber wo kommen sie stop it surrender immediately nö wie wärs mit nö und you how are the past coming getting there the sunlight drive should be back online soon destroy them what's going on the ship Okay, es steuert sich auf jeden Fall so, wie man sich so ein großes Schiff vorstellt. Okay, das ist so semi-schnell. Copy. Wir werden mehr Repair-Crews bekommen. Und Nara? Danke. Kreiselstabilisator? Äh... In deinem schweren Gefecht ist nichts wichtiger als deine Feuerkraft. Diese Waffenverstärkung ist eine ungewöhnliche, aber sehr sinnvolle Mod. Sie erhöht den Schaden deiner Gatling-Kanonen gegen jedes peinliche Schiff. Viper. Dolchstoß. Feinde erleiden 50% mehr Schaden, wenn sie von hinten angegriffen werden. Gnadenlos. Gatling-Kanonen werden mit einem hervorragenden Kühlsystem versehen, wodurch sie vollautomatisch feuern können. Ohne zu überhitzen. Gibt's hier also Sets. Interessant. Interessant. Aber ich hoffe, dass niemand mehr mehr kann. Und über die schmerzlichen Aktivitäten in der Runde. Bleib das von dir selbst, okay? Natürlich. Marisch. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Gefecht wieder hätte. Nicht hierher. Für die Piraten ist es nur ein anderes Relikt von Krieg. Sie hatten keine Ahnung über ihre Macht, wenn sie mit einem Schaden verabschieden. Einer berührten. Berührt klingt falsch. Ich wollte da reingehen. Ey. Was kommt jetzt? Ich habe ihn nicht. Einem ingen geek haben. Die sind schon sehr Sekten-like. Im Chorus. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz. Können wir da reinfliegen? Ah. Jetzt ist der wieder die kurze Frage. Karte, Karte, Mission. Auf dem Weg zum Sprungtor bemerke ich eine Rennstrecke. Auf dem Astro hier fange Funksprüche. Ah. Okay. Wo müssen wir hin? Nächste Mission ist Geld. Noch nirgendwo. Das bedeutet... Nicht für mich, aber für meine Leute. Ja. Meine eigenen. Das ist die Queer-Zuflucht. Äh, aber wir müssen ja da hinten hin. Sehen wir die jetzt explodieren? So. Ja. Sehe ich. they don't stand a chance without me Nara, I had a light breeding and then I lost it copy, I'll get there there's someone still alive who's there? this is Jila Shakri where's my mom? it's Nara I'll protect you Jila Nara, I'm scared Wie wär's mit Nö? Kleines Lego-Schiffchen. Ja. Okay. Okay. Next one. Sav, get that kid out fast. I'll send someone. Betty Winn's still alive. Ich muss sagen, hat er nicht gerade andere Probleme? Da sind das hier die nicht. Komm, 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 komm. Komm her. Das kriegen wir hin. Wuh. Das erinnert mich an, äh, an Hawks. Das, äh, Jetfighter-Game von vor gefühlt 100 Jahren. Na, komm her. Ganz davon abgesehen, wenn ein Jet so fliegt wie das Ding hier, ich glaub, dann stirbt der Pilot da drin. Alleine von den G-Kräften würde dem wahrscheinlich das Hirn aus dem Ohr fliegen. Aber, aber, sie ist weg, Nara, meine Masika. Ich muss jetzt helfen, die anderen. Ich, ich werde es machen. Hoffe. Ich glaub, deine Masika hätte nicht gewollt, dass du jetzt, äh, den Kopf in den Sand steckst. Oh. 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 Was machen die? Wenn ich das bei so richtiger Warhammer 40k Gedanken schafft einer durch Schnell, wo sind Sie? Alle Stationen kommen in! Werden! Was sind die Dinge auf meine Station? Das endet jetzt! Sav, hör und fokussieren. Wir können das tun. Wir müssen es aus der Station kommen, bevor ihre Minden sind verletziert. Schrauben Sie mich, Sav. Ich brauche Sie. Ich bin hier, Nara. Ich habe Ihre back. Jetzt müssen wir jetzt die Stationen. Es sind nur zwei. So eins. Zwei. Okay. Ach so, steuere das mittlere Totem. Zerstöre den Circle Raven. Aber wo ist er? Da ist er. Mist, das wäre fast schon cool gewesen. Na komm. Wum, 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 wum. So zu fliegen bringt gar nichts. Was er denn? Was er denn? Was er denn? Was er denn? Träues. Tärkeern. Okay. Oh. Mhm. Fahren. Ja. Wum,sterreich. Okay. So, zwei, drei. Wie viel haben wir noch? Einen. Der ist da. Doch. Ich werde die Schichten schnell verbrechen. All right. Ich gehe jetzt um ein paar Kofferbewerke zu stellen. Ich habe ein Schiff zu töten, okay? Ja. Ja. Töten. Totem, tot. Ich kann das wieder passieren. Tut nicht. Ich kann das wieder passieren. Ich werde den Totem zerstören. Schau mich. Jetzt die anderen Toten. Nein. Ich habe dich. Das war der letzte Zeit des Totems. Gut. Schau, Raven. Copy. Ich werde sie runternehmen. Jeder, der letzte. Kann man da durchfliegen? Glück ab. Der letzte Fluglvarium war ja, dann kann man das weg anosken. Ich zie die Kofferbewerke zu tun. Dann kann man das wegsch classysylauf Courtieren gewinnen. Ich kann das nicht weiterfahren. S socns playen. Ich kann halt das bleiben. Gut, eins. Ich sehe hier drei Millionen Punkte, aber nur eine davon ist ein Schiff. Also, ne, wobei, das andere sind auch Schiffe, aber nur das hier muss ich besiegen. Komm her. Okay, jetzt war mal ganz kurz die Framerate, glaube ich, weg. Jetzt waren wir kurz in die Wand gepackt. Äh, oh. Kann dann bitte aufhören mal. Komm her. Komm her. Wuh. Das ist wieder zum Leben erwachen. Das ist richtig. Das ist ein Schafes. Die Frontierer sind schwer, aber wir sind nicht trainiert. Wir brauchen dich, um die Verworte auf der Kurbeln zu führen, Nara. Nara? Ich... kann nicht. Warum? Die Leute brauchen dich, Nara. Ich brauchen dich. Der Kurbel braucht dich, Nara. Ich brauchen dich. Nara? 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 Der Typ ist mir irgendwie suspekt. Ich muss... ...eine Balance restaurieren. Und... Ich brauche dich, mein alten Freund. Wen braucht sie? Ja? Was denn? Das ist ein Hangar. Nach der Schlacht um die Enklave. Begebe ich zur Hangarbucht. Warum tust du das? Warum tust du das? Ich kann nur warten, dass sie unsere Leben hier zu destruieren. Ich versuchte, uns zu beschützen. Ich kam aus. Ich offerte ihnen ein Deal. Sav. Der Kult macht keine Deals. Sie folgen nur ihre sacreden Doktrinen. Bis zum Ende. Ich versuchte ihnen so gut. Der RD-600-AC-Fixer schickt einen Schwamm Nanoroboter aus, die jedes Rumpfmaterial auf molekularer Ebene reparieren. Innerhalb von 16,67 Millisekunden. Scannen sie den Schaden. Kostenlos. Okay, das repariert uns jetzt. Verstehe. Einschlagstalon. Ungewöhnlicher Gegenstand. Diese schwere Gatling-Kanone verschießt Kugeln, die mit einer supraleitenden magnetischen Flüssigkeit optimiert wurden, um Schilde zu zerstören und selbst das beste Rumpfmaterial zu durchschlagen. Gegen Panzerung ist sie aber weniger effektiv. Und für ihre ideale Betriebstemperatur ist besondere Kühlung nötig. Deshalb kann diese Kanone schneller überhitzen. Das ist ein Prinzip, was ich noch nie verstanden habe. Dass Waffen in so Filmen im Weltraum immer schnell überhitzen. Dabei reden wir vom Weltraum. Und kälter als Weltraumtemperatur ist schon echt schwierig. Die macht weniger Rumschaden, macht aber mehr als meine alte. Also irgendwie ist das doch für Elefants. Einschlagstalon. Schmelzerglow. Was haben wir hier? Rediktiver Algorithmus. Panzerzerstörung. Zerstört Schilde. Alle Waffen verursachen gegen feindliche Schussbrümpfe. Okay. Moment. Das ist Panzerungsschaden. Schildschaden. Rumschaden. Schaden gegen Schilde. Hm. Darum braucht man riesige Radiatoren, um Hitze im Weltraum abzugeben. Ohne Luft kein Hitzetransfer. Ja, stimmt. Ja, schon doof. Habe ich jetzt gar nicht darüber nachgedacht. Okay, da kann ich häufiger reparieren. Was? Ne, noch nicht. Ähm. Damit gehen wir auf Stufe 2 und nächstes Abbild Stufe 3. 152. Schilde. Stufe 2. Gesperrt. Wui. Wui. 1. 1. 2. 2. I must head out now, Sab. I'll never see you again. Yes. I'll try to contact Rhi. She knows someone in the Resistance. Maybe they can come. Goodbye, Sab. Gut, damit können wir direkt den Rumpf reparieren. So, wir haben die Nebenmission. Ich muss... Ich muss... Ich gebe dich in das Asteroidenversteck, um meinen alten Freund zu finden. Gut. Berg, Berg. Das andere ist noch weiter weg. Dann... Uh, Bremsen! Sorry, I'm looking for someone. Where the hell did they... Was kann ich denn? Zivilist-Turing-Auftrag. You're Turin. The Mechanist, right? Chief of Enclave Engineering. Anyway, my boy... He's a real rust. He loves to race and went off without a single word. But after everything that's happened, it's not safe out there right now. That's right. No, 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 no. No, 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 no. Okay, I'll locate him. And his sister. She follows him everywhere. So, she's lost too? I'll find him. I'll find him. Just... Just let me know where they are. I marked one of their favorite spots for you. Nähere dich dem Bergwerk. Das ist die Mission, die ich dafür auch brauche. Glaube ich. Oh, no. Anybody there? Culp bastards. Seized my station. Probably the revision doctrine. This is Nara. What's the situation? By the blessed stars. You're the Enclave scavenger. I evacuated my crew. But some of the fools went back in. Colts are now circling my people. They brought those... Get inside people's heads. Can you? Um hustet der so? Corona oder wie? I'll get your station back. And stay down. Don't expose yourself. Yes. 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 Okay. Oh, da sind viele Punkte. Oh, da sind viele Punkte. Oh, da sind viele Punkte. Was man nicht rückwärts fliegen kann, ist schade. Oh, da sind viele Punkte. Na, wo bist du, mein Freund? Zack. Einmal heilen, damit ich es mal gemacht habe. Aber an meinem Glück kann man das auch leveln. Den roten Sch... Komm schon. So. Wo sind die Totems jetzt? Da. So. 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 Das ist so ein Gesichtskirmesspiel, wo man sich so am konzentrieren ist, dass man einfach irgendwie auf den Bildschirm starrt und die Leute sich dann einfach nur zugucken können, wie man krampfhaft versucht, nicht mehr zu Licht zu schielen irgendwann. So. 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 Ich glaube, deswegen hustest du auch so, mein Freund. Old man, das ist aber nicht nett. Für sonst ist hier nichts. Was ist das, ihr Schiff? Redet ihr vielleicht von einem Schiff? So, was haben wir hier? Ach. Das ist wirklich ihr Schiff? Ich muss wiederum sein, aber wiederum töten. Du sagst, das war unser Ziel. Vielleicht glaubst du immer, dass du das glaubst. Oder du wirst mich auf der Seite töten. Wenn das so, dann wäre es richtig. Der Herrschung, ganz kurz gucken. Sinne, Zerstörer, Warkalsicht, Booster. Pariere deinen... Nee, das ist einfach nur, wenn ich was aufsammle. Okay. Für das eine muss ich nämlich diese grünen Blobs aufheben. Forster. Da ist auf jeden Fall die rote Fläche. Entschärfen Level 2, okay. Also wenn es dafür Level gibt, dann mach ich das gerne. Er lebt einen Minenschaden. Okay. Uh-huh. Da ist wirklich ein Schiff drin. Okay, gibt's hier mehrere? What? Okay, Wachstum-Spiegel. Was ist das für ein Geräusch? Ähm. Gibt's hier mehrere Schiffe? Also mehr als jetzt zwei vielleicht. Wuhu. Jungen, 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 jungen. Power Offline. Okay, das ist noch zu. Okay. Okay. Ein bisschen zuerst zurückschlagen. Ist Forsaken das Schiff? Ich bin mit all das. Ich bin nicht gemeint, zu hide. Ich versuchte ihn, zu sein. Hm. Würde Sinn machen, dass die wirklich erwarten, so ein Schiff haben, mit dem sie auch sprechen. Oder ein Schiff mit einer künstlichen Intelligenz. Hat so was von Matrix. Die fliegen ja auch so ein bisschen durch Tunnel. Das ist ein Kistchen. Automatisierungsprotokoll. Gibt's hier noch was? Da pulsiert irgendetwas. Hier ist eine Mine zum... Zumindest zum Leveln ganz praktisch. Was ist das? Okay, die kommen auf jeden Fall nicht rein. Okay, ich sehe hier... ...dreif Millionen kleine Kästchen. Überall verteilt. Okay. Hat die jetzt einen Hellmann? Weil sonst hätte ich ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Wieso ist denn hier Sauerstoff? Wieso ist es dann nicht kalt? Wir sind doch nur in den Asteroiden reingeflogen. Oh je. Das könnte auch... ...hier... ...das letzte Star Wars Spiel sein. Ja, dann haben wir vergessen. Hat auch so eine Optik. Ah, ist unser Schiff. Forsa, es ist mir. Es ist Nara. Ich bin zurückgeflogen. Ich bin zurückgeflogen. Sieben Jahre haben sich erlapst. Du hast diese Unität auf Standby Mode gestellt. Du hast gesagt... Das wird nur für einen kurzen Zeit. Ich werde zurückgeflogen. Ich werde zurück, als schnell die Dinge wiederholt werden. Ich versuche. Ich kann nicht zurückgeflogen. Ich kann nicht zurückgeflogen. Ich kann nicht die Leute sehen, dass ein Schiff. Negativ. Ich kann nicht schief. Nein, 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 nein. Ich bin. Und jetzt? Jetzt... ... 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 Toll. Draußen rastet ein Hund aus. Da zerfleischen sich gerade zwei Hunde gefühlt. Bei einer Soundkulisse auf jeden Fall. Wo ist das andere Schiff? Wo ist das andere Schiff? Das stand doch da. Jetzt ist es weg. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon schick aus. Das sieht schon schick aus. ... ... ... ... ... ... ... Was ist das jetzt? Was macht denn die Drift-Schwanz? Der Wende R um Kurven zu fliegen, während du driftest. So. Oh. Äh. Alright. Rückwärts fliegen können die alle nicht. Okay. Ich bin nicht so viel mit dem linken Stick steuern dabei. Das funktioniert nämlich nicht. Merkwärts fliegen. Ja. Merkwärts da war es? Schon mit unserem Blick. Ich glaube nicht. Ich glaub doch nicht. Dann warum sollst du zurückkommen? Retrwirtschaftung. Für den Reise der 달�ete. Das ist alles. Das ist genug. Ai, ai, ai. Das braucht noch ein bisschen Training. Moment. Mal hier lang gucken, bitte. Oh, Severin Arbond. I had to cut deeper and deeper. I must focus now. It's done. Severin Arbond must have hurt you. Now you wonder. It doesn't matter anymore. Der ist ein bisschen angepisst. Verständlich. Wenn der Seelenpartner einen einfach zurücklässt. Hoppala. Forza, we only have a chance against them when we work together. I am following you, am I not? It's the only way. Yes, since I have no choice. I am just your machine. You mean so much more to me. Whee. Hätte sie ihr Schiff nicht irgendwem anders geben können? Was ist nicht Geld wert? And then we hunt. I promise, Forza. So ein bisschen Geld muss es doch wert sein. So ein bisschen Geld muss es doch wert sein. Eis. Äh. Oh. Drehen. Einfacher gesagt als gemacht. Das ist doch gut. Auf auf zu jagd. Ja. So. Okay. jetzt haben wir auch eine art und weise hier richtig richtig eine wendekurve zu machen anzung robuste vorderschilder ungeschütztes heck jetzt mal bitte danke riesiges schild an der seite das gar nicht mehr lesen kann was da steht anzerknacker was denn erste beute also ganz kurz mal hier gucken aber jetzt drei plätze machen wir mal das erlasse den bereich ich muss ich muss ich muss ich muss ich muss Okay. Ja.